So, jetzt sind wir im Physikraum. Was haben wir hier? Wir haben einen Motor. Logischerweise muss ich irgendwas drehen lassen mit einer bestimmten Frequenz und die Frequenz stelle ich hier mit meinem Gerät ein. Jetzt gucken wir mal. Schön gemächlichen Geschwindigkeiten. So, ich hoffe, das könnt ihr jetzt alles richtig schön sehen, dass sich hier mein Wagen auf dieser Fahrbahn bewegt. Und jetzt gehe ich ihn so ein bisschen mal oben, damit ich das besser für euch zu sehen. Dort oben seht ihr einen Kraftmesser. Hier, da seht ihr einen Kraftmesser. Und dieser Kraftmesser, der ist über eine feste Rolle verbunden mit meinem Wagen. Ich kann da jetzt noch ein bisschen näher rangehen, mal kurz, dass man sieht. Das ist der Kraftmesser da. Und das ist sozusagen die Verbindung über diese feste Rolle mit meinem Wagen. So, an dem Wagen ist eine Befestigung mit einem roten Pfeil, könnte man sagen, auch das mache ich mal ein bisschen größer. Da seht ihr das. Da kann ich nämlich, wenn ich ein gutes Auge habe, wenn ich es mal ein bisschen langsamer machen, sieht man das noch. So. Das ist das Problem an Kreisbewegungen halt eben. Wenn man was beobachten will, dann ist es schwierig. Aber ich hoffe, ihr seht das, dass dort ein roter Pfeil ist. Oder so eine Metallspange mit einer Spitze. Und diese Spitze, die kann man tatsächlich, wenn ich das mal stoppe, gleich aufgepasst, ich stoppe das gleich jetzt mal. So. Da kann man das sehen, dass da eine kleine rote Metallzunge ist, die eine Spitze zeigt. So. Damit kann ich also den Radius ablesen. Wir haben da unten zwar keine Zahlen, aber das sind alles 10 cm Abschnitte. Die farbigen Blöcke könnte man sagen so, dass ich mit dieser entsprechenden Pfeilspitze, diese rote, dann lesen kann, ablesen kann, wie groß denn der tatsächliche Radius ist. So. Jetzt kommt, ist natürlich das Schwierige. Ich habe auch eine Möglichkeit, Massen zu ändern. Da. Also, für mich ist das Einfachste, natürlich Massen zu ändern, indem ich hier eine Masse wegnehme. Das ist klar. So. Wenn ich jetzt mal Folgendes mache. Ihr werdet das sehen, was das Problem ist. Hier an dem Gerät, das sozusagen mein Steuergerät für, das ist da hinten, das Steuergerät hat eben für meine Kreisbewegung. Da kann ich ja sozusagen immer den gleichen Wert nehmen, sodass sich die entsprechende Drehschwierigkeit nicht ändert. Ich mache es noch ein bisschen höher. So. Also jetzt habe ich eine konstante Drehgeschwindigkeit. Und ich habe auch einen konstanten Radius, den ich mit einem guten Auge, das könnt ihr an der Kamera wahrscheinlich nicht machen, den ich aber ablesen kann. So. Damit hätte ich schon mal ein konstantes R, ein konstantes Omega. Dieses Omega müsste man natürlich nachher tatsächlich auch bestimmen. Aber es ist erstmal konstant. Das ist wichtig. Und jetzt könnte ich jetzt oben, an der Stelle, die Kraft ablesen. Und zwar genau das ist meine Zentripetalkraft. Das ist meine Kraft, die dafür verantwortlich ist, dass dieser Körper auf der Kreisbahn bleibt. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, diese Kraft kann verschiedenartig hervorgerufen werden. Und hier ist es natürlich klar, wodurch sie hervorgerufen wird, durch diese gespannte Feder in dem Kraftmesser. Das ist sozusagen der Effekt, der mein Wagen auf dieser entsprechenden Kreisbewegung hält. Und dieser Kraftmesser hat zugleich den Vorteil, ich kann durch diese Auslenkung der Feder auch gleichzeitig ablesen, wie groß die Kraft ist, die die Feder hier ausüben muss. So. Jetzt kommt da das eigentlich gemeine an der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt einfach mal Stopp mache. Wenn ich jetzt Stopp mache. So. Jetzt sage ich mir einfach, alles klar, jetzt packe ich einfach noch eine Masse mehr drauf. Und jetzt lasse ich wieder meine konstante Drehgeschwindigkeit laufen. So. Was habe ich für ein Problem bekommen? Nun, vielleicht könnt ihr es sehen, der Radius hat sich vergrößert. Das darf ich ja nicht. Ich habe ja zwar eine konstante Drehbeschleunigung, habe die Masse variiert. Leider ist dabei auch der Radius vergrößert worden. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir tatsächlich halt eben zwei Größen, die sich geändert haben. Und zwar Masse und Radius. Und dafür gibt es einen Trick. Der Trick ist so, dass ich, dass ich sozusagen hier oben, dort oben, habe ich die Möglichkeit, mein Kraftmesser zu verschieben. Nach oben, nach oben oder auch nach unten. So. Und da muss man jetzt ein bisschen tricksen. Man muss also sich bei einer ganz bestimmten Masse, bei einer ganz bestimmten Masse, muss man sich merken, wie groß der Radius ist. Dann muss man die Massen variieren und dann muss man einfach ausprobieren, wo muss mein Kraftmesser oben justiert sein, damit wir den gleichen Radius bekommen. Das ist der Trick an der Geschichte. Und ihr merkt, das ist knifflig. Deswegen mache ich das im Unterricht normalerweise nicht, weil das total lange dauert. Wir müssen also immer gucken, dass wir bei unterschiedlichen Massen oben den Kraftmesser so weit verschieben, dass der Radius unten gleich bleibt. Ich habe das gemacht. Die Werte kriegt ihr auch. Das machen wir jetzt nicht zusammen. So. Das wäre jetzt der Trick oder die Möglichkeit, die Massenabhängigkeit zu überprüfen. So. Jetzt gucken wir mal. So. Jetzt wollen wir bei gleicher Masse schauen, wie sich der Radius entsprechend auf die Kraft ausübt. So. Das heißt, das ist relativ einfach. Wenn ich jetzt hier laufen lasse, habe ich ja gleiche Massen, ich habe gleiche Drehgeschwindigkeiten und ich kann jetzt die Kraft zum Beispiel für diesen Radius, der mir angezeigt wird, angeben. So. Wenn ich jetzt die Variation des Radius mache, ist das vollkommen klar, dann schiebe ich mein Kraftmesser mit dem Kraftmesser nach unten, lasse alles sonst gleich, Massen und Drehgeschwindigkeit, messe jetzt den Radius und lese die Kraft ab. Ich habe jetzt den Radius geändert, alles andere ist gleich geblieben und jetzt kann ich die Kraft ablesen. So. Das ist das Einfachste. Das heißt, jetzt habe ich tatsächlich eben die Abhängigkeit vom Radius R bestimmt, bei konstantem M und bei konstanter Drehgeschwindigkeit. So. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Ich mache es wieder aus. So. Jetzt muss er wieder ein bisschen tricksen. Jetzt will ich zeigen, wie ist die Kraftabhängigkeit von der Drehgeschwindigkeit. Wir müssen aber die Masse und den entsprechenden Radius konstant halten. Und da habe ich mir einen Trick überlegt. Und zwar mache ich folgendes. Ich merke mir einen ganz bestimmten Radius. So. Und zwar sage ich jetzt einfach mal einen Radius, den ich haben will. Der ist hier an dem grünen Strich. Könnt ihr das sehen? Da ist ein grüner Strich. Ich zeige das mal eben. Da seht ihr den grünen Strich. So. Wir sind unschlafen geworden. Da ist ein grüner Strich. Jetzt sage ich einfach, aha. So. Ich möchte immer bei meiner entsprechenden Drehgeschwindigkeit diesen Radius erreichen. So. Das heißt, ich drehe jetzt meine entsprechende Größe. Ich fahre mal langsam an. Ihr seht, er hat diesen entsprechenden grünen Strich noch nicht erreicht. Jetzt kann ich das so lange, meine Drehgeschwindigkeit, so lange erhöhen, bis ich das Gefühl habe, jo, jetzt ist er am grünen Strich. So. Was ich jetzt mache, jetzt habe ich einen Radius, den ich festgelegt habe, eine Masse, die ich festgelegt habe. Und jetzt lese ich die Kraft oben ab und zähle die Umdrehungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehme die Zahl davon und bekomme so meine Umdrehungsdauer und berechne mir damit Omega. So. Jetzt will ich aber ein unterschiedliches Omega haben. Und jetzt mache ich folgenden Trick. Ich mache aus. Ich mache aus und ändere meine Position des Kraftmessers. So. So. Jetzt habe ich die Position des Kraftmessers ein wenig geändert. Und jetzt will ich feststellen, ich brauche noch eine größere Drehgeschwindigkeit, um diesen grünen Punkt zu erreichen. Machst du noch höher. So. 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 Gleich. So. Und damit habe ich wieder ein konstantes R. Ich habe eine höhere Drehgeschwindigkeit und kann jetzt bei gleicher Masse die Kräfte ablegen. Das ist schon nicht ganz einfach, das hinzukriegen. Denn man muss immer gucken, ist das Ding jetzt genau auf dem Grünstrich oder nicht. Aber auch das habe ich ein paar Mal gemacht und habe das dann auch hingekriegt. Dadurch, dass ich das Ding nach oben verschiebe, brauche ich eine höhere Drehgeschwindigkeit, um den Wagen wieder auf seinen entsprechenden Radius R zu kriegen. Und auch über Umwegen, über Umwegen habe ich genau das dann erreicht, was ich will. Ich habe verschiedene Drehgeschwindigkeiten, Kräfte, die ich oben ablesen kann, bei gleichem Radius und gleicher Masse. So. Jetzt könnt ihr mich hoffentlich sehen. Also, ich werde euch die entsprechenden Messwerte, die ich hier aufgenommen habe, die liegen an den Tisch. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es hingekriegt. Werde ich euch als Tabelle geben. So. Eure Aufgabe wird es sein, drei Diagramme darzustellen. Und zwar die Kraft in Abhängigkeit der Masse, die Kraft in Abhängigkeit des Radiuses und die Kraft in Abhängigkeit der Drehgeschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit. Und dann sollt ihr halt eben schauen, welche von diesen dreien, vielleicht auch alle, tatsächlich eine Gerade ergeben. Und wo könnte man sagen, tatsächlich ist die Kraft hier proportional zu dieser entsprechenden Größe. Das ist eure Aufgabe bis nächste Woche. Macht mir das schön auf dem Zettel, scannt das ein, fotografiert das, bringt mir das mit. Mitbringen könnt ihr es mir nicht. Aber schickt mir das zu. Ich möchte einfach einen Blatt sehen, wo drei Diagramme drauf sind. Mit den Messwerten, die ich euch zuschicke. Und ihr braucht noch gar nicht zu. Oder ihr könnt vielleicht dazu. Doch. Ihr schreibt dazu, proportional ja, nein. Das ist das, was ihr machen sollt. Zu den drei Diagrammen. Proportional ja, gerade zeichnen. Proportional nein, keine gerade zeichnen. Ob es drei Draden werden, zwei, eine oder gar keine, das werdet ihr sehen. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das hinkriegt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Okay. Tschüü!